Hochfährte, Staatsrechtler, Staatsanwälte inklusive, hier darf nicht weggeschaut werden. Warum darf hier nicht weggeschaut werden? Weil morgen der nächste Fall auf der Bühne landen könnte. Ohne Rettungsringe, plural, auf hoher See, kennt man ja diese, wäre es nicht möglich gewesen, bis jetzt es einigermaßen geschafft, relativ zu haben, wobei noch Erpressungen seitens des Vermieters und Anwalts ausstehen und auch Erpressungen umgesetzt worden sind, denen ich Folge geleistet habe, sonst wäre meine Existenz vernichtet. Guten Tag. Eine Milliarde reicht nicht Schadenersatz. Galakom.TV